Players Lounge und meine Weisheitszene rauskriegt. Wie lange musst du da aussetzen? Ja, eigentlich zwei Wochen. Aber ich spiele am Sonntag schon rum. Erste Woche ist er schon rum? Ja. Okay. Was hast du sonst noch als Hobby? Ähm, Hobbys. Ja, ich gehe abends gerne weg und ja, spiele Handball und ja, ich bin bei der Johann in der Jugend. Auch noch? Ja. Was gefällt dir an der HG? Die Menschen, die sind freundlich und nett und fröhlich. Ja, und sind immer für einen da. Ja. Wie war jetzt ein Kommentar zu dem Spiel von der A-Jugend? Also, sie führen das schon mal was. Also, bis jetzt noch. Also, das ist schon gut. Also, ja. Ja. Und ihr konntet heute nicht spielen? Nicht bloß wegen dir, sondern? Ja, weil bei uns die, die aus der Mannschaft krank sind. Die A-Jugendlichen hier, die Männlichen da, die wissen schon gar nicht mehr, wer auf die Bank soll. Ja. Bei euch wär's ein bisschen mau geworden, ne? Ja. Wir haben halt nicht so viele Spieler, wie die Männliche der A-Jugend. Die Flemmer. Ja, wir haben schon einige. Aber wir sind halt jetzt die Hälfte dran, glaube ich. Ja. Gut. Dann lassen wir's dabei. Ja. Alles klar. Gute Besserung und bis zum nächsten Sonntag. Ja. Ja.